Deir el-Bahari ist eine antike Nekropol in Ägypten, die nördlich von Theben auf der Westseite des Nils gegenüber der Stadt Luxor liegt. Im Gouvanamat al-Uksha, neben zahlreichen Felsengräbern, darunter der wohl spektakulärste Fund, die Königskaschett, in der über 40 Mumien gefunden wurden, ist die Nekropole bekannt durch drei Totentempel. Tempel, Totentempel Mentuhotep Als erster ließ sich hier der Pharao Mentuhotep II. seinen Tempel mit Begräbnisstätte erbauen. Eine zu dem Grabdenkmal hinführende Allee wurde von ihn darstellenden, bemalten Sandstein-Statuen gesäumt. In und um den Tempel ließ er seine Königinnen, Soldaten und hohe Beamten beisetzen. Auch dieser Tempel fällt durch seine einzigartige Architektur auf. Eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, dass dies die einzige monumentale Anlage in Theben-West aus der Zeit des Mittleren Reiches ist. Totentempel Hatzepsut Der Totentempel der Hatzepsut stammt aus der 18. Dynastie und ist der am besten erhaltene Tempel in der Ia el-Bahari. Auffällig ist seine eigenwillige Architektur. In christlicher Zeit entstand auf dem Tempel der Hatzepsut das Kloster des Heiligen Föhlbämmen. Das Kloster wurde bis ins 11. Jahrhundert genutzt und von verschiedenen Bischöfen besucht. Im 19. Jahrhundert wurde die Klosterruine von Auguste Mariette und Edouard Neville abgetragen, um an die darunterliegenden Tempelteile zu gelangen. Neville dokumentierte seine Arbeit ausführlich in sieben Bänden. The Temple of the Ia el-Bahari Sieben Bände London 1894-1898 Totentempel Tutmosis III Neben seinen bereits bestehenden Tempeln Achmenjö und Henket-Anchis Tutmosis III. Gegen Ende seiner Regierungsdauer den über der Heather-Kapelle gelegenen Totentempel Cheser-Achit errichten. Die mittig hinter Hatzepsutsch und Mentuhauteps II. Totentempeln gebaute Anlage ist der kleinste der drei Tempel und am weitesten zerstört. Dieser Tempel wurde etwas erhöht angelegt, da zwischen den beiden anderen Tempeln kein Platz gewesen wäre. Auch der Tempel von Tutmosis III. ist in seiner Achse genau auf den Karnak-Tempel ausgerichtet. Die beiden Tempel des Neuen Reiches wurden als Millionen Jahrhäuser errichtet. Gräber Die Kaschette von die Ia el-Bahari Der spektakulärste Fund in die Ia el-Bahari war wohl die Auffindung des Grabes db 320 um 1871 durch Ahmed Abdel Rasul. Die Familie Abdel Rasul verschwieg die Entdeckung des Grabes aus der 21. Dynastie, in dem sich neben reichhaltigen Grabbeigaben auch die Mumien von über 40 Personen befanden, darunter zahlreiche Königsmumien der 17. bis 21. Dynastie Dynastie Stück für Stück wurden Teile des Fundes verkauft, bis der damalige Chef der antiken Behörde, Gaston Maspero, darauf aufmerksam wurde. Seinem Assistenten Emil Brugsch war es so am 6. Einige der bekannten Grabanlagen-Anschlag von Luxor 1997. Am 17. November 1997 wurden hier 68 Menschen, davon 64 ausländische Touristen und vier Ägypter, bei einem terroristischen Anschlag durch die Gruppe Al-Chama Al-Islamiyah getötet und weitere zum Teil schwer verletzt. Weitere Bilder Punkt, 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 Punkt Siehe auch Liste der Thebanischen Gräber Millionen Jahr Haus Teil fest Punkt, 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 Punkt